Eckball für den FC Bayern München. Frau Krippanin wird ausschüttet. Die Vigilis kommt mit nach vorne. Letzter Mann allerdings auch in der Hälfte von Manchester United. In der Zentrale ist Marc van Bommel. Ball kommt hoch und weit rein. Auf Ruppe nimmt direkt ein Tor! 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 Für Arjen Ruppe! Ich glaub's nicht! Der nimmt das Ding direkt an! Der Ball kommt sowas von hoch rein, fast schon an die 16-Meter-Aumkante. Und dann mit links nimmt er Maß. Volksspart abgezogen. Links und dann schlägt die Kugel ein. Keine Chance für Edwin van der Sar. Tor durch Arjen. Robben! Bayern momentan im Halbfinale. Robben macht die Kiste!